Wie sagt dir das? Nein, die ist 43. Ja? Ja, ich hab mal einen. Aber lauwarm die Pampa heute, ne? Das ist wieder lauwarm heute alles. Können sich jetzt bald selber wieder aufwärmen, ne? Mit dem, was ich so höre. Mit der Hand. Du solltest nicht. Ja, man meint jetzt wegen dem Jochen Schüller, also hinter vorne am schwarzen Brett, der Artikel aus der Zeitung jetzt, mit dem Bild von ihnen beiden. Mhm. Einmal viele erst so im Alter die Seiten gewechselt. Mhm. Also so ganz offen. Biolek, Mooshammer, Westerwelle. Ja, das ist ja lustig. Jochen Schüller ist ja nicht schwul. Schwul wie eine türkische Dampfsauna, sagt sie. Na Quatsch. Nee. Doch. Ich hab ihn doch selber gefragt. So als er hier angefangen hat. Von wegen mal ein Bierchen trinken nach der Arbeit und so. Ja, da hat er gleich gesagt, dass er nur mit Jungs Bierchen trinkt. Weil ich will jetzt nicht, dass das so rumgeht, wegen seinem Chef hier bei unserem Käseblättchen. Das ist irgendwie spießig drauf. Ja, hab ich auch gehört. Ist ja auch irgendwie blödsinnig dann. Ich meine, merkt man dem Schüller so gar nicht an. Warum? Wirkt er ganz normal. Das ist ja jetzt Quatsch. Der Schüller. Der steht nicht auf dich. So. Bums. Wenn man das so nicht sagen kann, dann sagt man eben. Nee, tut mir leid. Ich stehe nicht so auf Frauen. So. Das hat doch jeder. Nee. Doch. Das habe ich aber schon tausendmal gemacht. Ja, das stimmt. Ich bin schwul. Und das ist auch gut so. Ich hänge das nicht so an die große Glocke. Wegen meinem Chef. Der ist da ein bisschen unlocker. Deswegen. Ja, ja. Ich habe da kein Problem mit, aber eher. Ja, logisch. Das ist ja nicht klar. Jetzt mal ohne Scheiß. Du bist ja jetzt nicht richtig sch... Also jetzt in dem Sinne, was man immer so hört. Ich weiß ja nicht, was du so hörst. Aber ich schätze, das meiste, was du so hörst, habe ich schon gemacht. Äh. Es geht ja gegen Diskriminierung. Ja, das sagt ja jetzt der Richtige, ne? Erika! Ja, hat sie aber recht. Weil Aktenmongo, haben sie gesagt. Ja, nee, du bist ja nun auch manchmal... Nee, über ihn. Ja, das ist ja jetzt Quatsch. Nee, das stimmt. Das ist ja jetzt Quatsch.